Ich bin Hanna und in diesem Podcast wird es darum gehen, Geschichten zu hören von Menschen, die ihre eigene Geschichte erzählen und meine erste Gästin, meine erste Gästin ist Rachma. Hallo Rachma. Hi. Rachma habe ich bei einem Workshop kennengelernt für journalistisches Schreiben und seitdem habe ich sie in mein Herz geschlossen. No. Und ja, ich werde Rachma eine Frage stellen, die ich hoffentlich zukünftig weiteren Menschen hier stellen werde. Und die Frage ist, Rachma, was ist deine Geschichte? Meine Geschichte. Oder vielleicht bevor wir anfangen, was ist eigentlich erstmal dein Sternzeichen? Lass uns mal über die wichtigen Dinge im Leben reden. Ja, die wichtigen Dinge. Mein Sternzeichen ist Skorpion. Das sagt schon sehr, sehr, sehr vieles über mich aus. Passest du deiner Geschichte? Zum Teil ja, auf jeden Fall. Es passt zu meinem Charakter. Also das höre ich auch öfters, dass es irgendwie so, ja eigentlich vorhersehbar ist, dass ich Skorpion bin. Und mein Aszendent ist Schütze. Und das passt eigentlich auch, weil ich so extrovertiert bin. Ja, und zielstrebig. I see. Also, Rachma, was ist deine Geschichte? Meine Geschichte? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir fällt jetzt eigentlich voll vieles ein, also was interessant sein könnte oder eigentlich, was meine Geschichte ist. Aber vielleicht fange ich damit an, dass ich Berlinerin bin und dass das vielleicht nicht ausreicht als Antwort. Wenn mich jemand fragt, woher kommst du? Berlin. Meistens reicht das irgendwie nicht aus. Und dann wird mir noch eine zweite Frage gestellt. Aber woher kommst du wirklich? Oder aber woher kommt dein Name? Oder woher kommen deine Eltern? Und das wäre schon so, ich glaube, das war schon immer so der erste Punkt, wo ich mir dachte, okay, das Gespräch läuft nicht so, wie ich es haben möchte. Vielleicht reicht es auch einfach, dass ich aus Berlin komme. Also reicht es irgendwie nicht? Hannah, was sagst du dazu? Naja, ich denke irgendwie, also die Frage, die dann sozusagen damit einhergeht, ist so, Moment, reicht meine Geschichte nicht? So, musst du mir von außen noch erzählen, was ich dir erzählen soll? Ja, genau, das meine ich. Das ist das Ding so. Und das war so immer der erste Punkt, wo ich mir dachte, okay, ich glaube, ich bin nicht deutsch genug. Und deswegen reicht einfach meine Antwort Berlin nicht, sondern ich muss mich dann immer weiter erklären. Und die Erklärung lautet dann, ja, ich bin mit vier Jahren hierher gekommen mit meinen Eltern. Ursprünglich komme ich aus dem Irak. Ich bin auch in Bagdad geboren. Und dann so, oh, dann geht dein Licht auf. Und dann ist die Person so voll erleichtert, wenn ich das erzählt habe. Aber ich verstehe nicht, warum da diese Erleichterung aufkommt. Ich meine so, hä? Okay, was hast du denn jetzt da wollen? Jetzt weißt du, woher ich ursprünglich komme mal. Aber letztendlich bin ich doch genauso deutsch wie du. Aber anscheinend ist es ja nicht so. Und bis heute, ich meine, okay, vor zehn Jahren war das vielleicht noch natürlich nicht verständlich. Aber es war noch mal was anderes. Aber wenn es heute immer noch so passiert und in so Orten, wo man denkt, sowas sollte eigentlich gar kein Thema mehr sein, dann frage ich mich wirklich, ob die Gesellschaft irgendwie vorankommt oder stehen bleibt. Toll. Und ich glaube, das ist auch irgendwie, also dieses, dass von außen herangetragen wird, irgendwie, dass du deine Identität noch mal sozusagen erklären musst. Alleine, dass das sozusagen in Frage gestellt wird. Ja, das ist super anstrengend. Und das ist halt so dieses Ding, was mich schon mein ganzes Leben begleitet. Diese Identitätskrise, die ich eigentlich gar nicht habe. Ich weiß genau, wer ich bin. Aber alle versuchen es so in Frage zu stellen. Bis heute ist es so. Ich bin nicht deutsch genug. Und ich bin nicht arabisch genug. Ich bin nicht muslimisch genug. Und ich bin natürlich auch nicht feministisch genug. Und alles wird mir versucht, so abzuschreiben von den eigenen Communities. Ich meine, reicht es denn nicht, dass ich so Migrationskind bin und es schon genug schwer im Leben hatte? Müsst ihr mir da noch mal eins reinhauen und sagen, ja, du bist aber nicht feministisch genug, weil du dein Kopf doch trägst oder keine Ahnung was. Ja, und ich glaube, das ist auch irgendwie das, was das ganze Problem ist von Vorurteilen, Rassismus, Sexismus, Abelismus, you name it. Weil Menschen haben einfach bestimmte Schubladen, Geschichten, Narrative in ihrem Kopf und sagen so, okay, wenn du Feministin bist, dann musst du so und so sein. Okay, wenn du Muslima bist, dann musst du so und so sein. Und das sind ja alles Kategorien, die eben nicht festgesetzt sind. Also niemand darf bestimmen. Wer bestimmt darüber? Ja, das ist das Ding. Wer hat die Deutungshoheit so? Ja, und das verstehe ich auch bis heute nicht. Und deswegen, mir fällt es auf unter anderem, wenn wir, also ich arbeite halt im Medienbereich. Und wenn es dann darum geht, dass ich irgendetwas sagen soll oder wenn es halt gerade um irgendein Thema geht und wir gerade am überlegen sind, ob das so korrekt ist oder nicht. Oder ob es dann vielleicht jemand falsch aufnehmen kann oder nicht, merke ich immer, wie sensibel meine Kolleginnen werden und wie unsensibel ich da bin. Weil ich denke mir dann immer so, ey, ich wurde schon mein ganzes Leben kritisiert und mir wird schon mein ganzes Leben irgendwas abgeschrieben und es wird so oder so einer falsch verstehen. Also egal, was ich sage, ist irgendeiner Kategorie Menschen passt das sowieso nicht. Entweder bin ich halt, wie gesagt, nicht muslimisch genug, nicht feministisch genug oder keine Ahnung, nicht deutsch genug und irgendwem passt das eh nicht. Also bin ich da nicht mehr so, dass ich mir den Kopf mache, ob ich es jedem recht machen kann, weil das wird sowieso nicht passieren. Aber mir fällt halt immer auf, Menschen, die halt nicht diese Identitätskrise hatten in ihrem Leben oder Menschen, die damit nicht konfrontiert werden, die machen sich dann wirklich so voll den Kopf so, ja, aber ich will nicht, dass es falsch aufgenommen wird und so weiter. Und ich denke mir so, okay, cool, Dicker, was hattest du für ein nices Leben, dass du dir darüber noch den Kopf zerbrechen kannst. Also für mich ist das schon Geschichte so, ich kann, also es hat keinen Sinn mehr, weil egal, was ich sage, irgendwem passt es nicht, egal was. Ja, das ist auf jeden Fall so, das ist auf jeden Fall der eine Punkt, aber ich denke auf der anderen Seite halt auch, dass wir schon irgendwie gerade in den Medien wirklich sensibel sein müssen. Na klar, natürlich. Kategorie Menschen nicht passen könnte. Ja. Ja, weil vor allem, wie gesagt, bei mir, es wird eh irgendwem nicht passen. Daran wird sich auch nie was ändern und ich glaube, also ich habe die Hoffnung, dass sich daran irgendwas ändert und dass diese Schubladen irgendwann einfach nicht mehr da sind, aber sie sind halt so krass in den Köpfen der Menschen verankert. Und es geht irgendwie anscheinend nicht, dass ich deutsch, muslimer, Migrationskind und Feministin bin. Ja, weil ich glaube halt, wie gesagt, ich glaube so, die Erzählungen sind immer so ähnlich, weißt du? Also ich glaube, und das ist halt so diese Sache, die du ja auch gerade beschreibst, so man muss irgendwie feststellen, so in seinem eigenen Leben, in seinem eigenen Erwachsenwerden, so okay, krass, da passe ich nicht rein, da passe ich nicht rein. Die sagen, ich bin nicht das genug und so weiter. Wie war das für dich oder wo nimmst du diese Stärke her sozusagen, zu sagen, okay, aber ich bin die Person, die ich bin und ich gehöre in jede dieser Communities und so, wie gehst du damit um? Ich weiß, dass es super schwierig ist, damit umzugehen und dass man da sehr schnell untergehen kann, wenn man nicht diese Stärke irgendwo bekommt oder findet und ich habe auf jeden Fall Glück, dass ich einfach schon immer sehr charakterstark war oder sehr selbstbewusst, sehr tough, schon seitdem ich ein Kleinkind gewesen bin. Also ich war schon immer super meinungsstark. Das kann man natürlich irgendwie nicht antrainieren oder es ist jetzt nichts, was ich irgendwie jemandem als Ratschlag oder als Tipp geben kann. Es ist halt einfach so bei mir und ich weiß wirklich nicht, wie Menschen, die das halt nicht von Natur aus sozusagen haben, daran arbeiten können. Weil ich meine, letztendlich bist du irgendwie voll auf dich allein gestellt. Auch wenn es so Safe-Space-Räume gibt, wo man sicher über solche Themen sprechen kann, ist es mir trotzdem passiert, dass Menschen da saßen und so Äußerungen gebracht haben, die super unsensibel sind. Und wirklich so, wo dann eine Person gesagt hat, ja, warum trägst du eigentlich das Kopftuch so? Wie war das bei dir so? Wie war deine Geschichte? Und das war dann so eine, ich habe dann rausgehört, oder sie hat das irgendwie anders formuliert, aber man hat so rausgehört, dass das so eine Unterstellung eigentlich war, ob ich es jetzt überhaupt freiwillig trage oder nicht. Wow. Ja, wirklich, das war so, und ich dachte mir so, was, warum unterstellst du mir das gerade? Ich habe sie auch genauso gesagt und sie meinte so, nein, das war jetzt nicht so gemeint, aber bla 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 und keine Ahnung was. Und ich meine, hätte ich nicht diese Stärke in mir einfach, würde ich voll, glaube ich, untergehen, weil ich meine, das war in einem Safe-Space, wo sowas eigentlich gar nicht passieren dürfte und wo Leute eigentlich sich zusammensetzen, um über coole Themen zu sprechen, die eigentlich alle voll offen sind und ich weiß auch nicht, nicht so voll fortschrittlich oder eigentlich so einfach ein normales Menschen, also so einen normalen Menschenverstand haben, ne, aber trotzdem passiert sowas halt und wie gesagt, es ist halt nicht nur, also sowas passiert halt nicht nur in der blöden Außenwelt, sondern selbst wenn man halt sich die Räume sucht, wo man halt sicher ist, passiert sowas manchmal trotzdem. Und da braucht man einfach so diese Power und diese Stärke einfach innen so und die muss man dann auch wirklich so von Leuten bekommen, ohne Scheiß, jetzt, es hört sich blöd an, aber von Leuten, die dieselbe Erfahrung gemacht haben und einfach, ja, das gleiche Leid teilen, weil so geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, voll. Deutschrap ist so deep und das verstehen die wenigsten. Damals, als ich noch ein Kind gewesen bin, habe ich nie Menschen im Fernsehen gesehen, die POC sind. Nie. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, so. Also ich war immer so, okay, gehören wir nicht zur Gesellschaft dazu? So, wo sind die POC-Schauspieler? Wo sind die, keine Ahnung, Moderatoren? Ja, ich erinnere mich. Das sind die krassesten Leute. Das sind die krassesten Deutschrapper. Und die sind alle POC. Und die kommen alle aus dem Background. Und die meisten sind Muslime. Und ich war so, yes, so. Ich bin, ich werde irgendwo vertreten. Ja. Und das hat mich so voll inspiriert in meiner Kindheit. Und ich habe auch so voll viel Deutschrap gehört in meiner Jugend. Und später auch, also bis heute feiere ich das halt extrem, egal wie blöd manche Texte sind, wie kritisch manche Texte sind. Und auch natürlich sexistisch und so. Und natürlich als Feministin gehe ich da nicht mit. Aber so dieser, einfach dieser Gedanke, okay, das sind die Leute, die so mich repräsentiert haben, sozusagen. Und das sind so die Leute, die mich auch inspiriert haben. Und das wird, das wird sich nicht ändern, so. Ich werde immer Bushido und die anderen Rapper, die halt damals so zu sehen waren, Ecofresh etc. fahrt und so. Ich werde die immer schätzen und ehren. Und sie werden immer so, für mich so Respektpersonen sein. Auch wenn die vielleicht nicht so cool sind. Aber sie waren halt da und ich habe sie zu der Zeit heftig gebraucht. Das wäre auch genau sozusagen meine Frage gewesen. Dieses, was glaubst du halt, was man besser machen kann? Wie man Geschichten anders erzählen kann oder wie man sozusagen diese Räume aufbricht? Ich glaube, Räume aufbrechen kann man erst, wenn man mehr, wie soll ich das sagen? Also Räume aufbrechen kann man erst, wenn man auch wirklich divers wird und nicht nur über divers sein redet. Es geht nicht nur darum, dass man zum Beispiel eine Muslima auf ein Plakat packt oder eine behinderte Person oder wer auch immer eine schwarze Person, sondern dass das Plakat von einer Muslima, von einer behinderten oder von einer schwarzen Person gemacht wurde. So, verstehst du? Das hat letztens eine coole Person gesagt, eine inspirierende Person. Kann ich sie kurz googeln, damit ich ihren Namen nicht vergesse? Ja, voll. Wir sind ja super wissenschaftlich und akademisch. Wir zitieren so richtig. Keine falschen Zitate. Es war auf jeden Fall eine Person, die im Rollstuhl sitzt. Laura Gehlhaar. Ja, Laura Gehlhaar war das. Genau, es war Laura Gehlhaar. Sie sitzt im Rollstuhl und ist Autorin und arbeitet auch in der Inklusionsberatung. Ja, genau. Also wenn das so richtig formuliert war, glaube ich. Und sie hat das letztens gesagt und es hat mich auf jeden Fall super inspiriert und ich finde, das so war, wie gesagt, es geht halt wirklich nicht darum, dass man nur über Diversität spricht und dass man sich damit so voll gerne schmücken will. Irgendwie gefühlt alle. Das wollen alle gerade. Alle. Es ist so voll der Trend, voll der Hype gerade. Aber keiner versucht wirklich divers zu werden. Ja, das ist auf jeden Fall sad. Das heißt, also, und da sind wir eigentlich auch, das spielt ja auch irgendwie voll viel damit zusammen mit Repräsentation, was du gerade irgendwie vorher angesprochen hast. Also, wenn man einfach sieht, es sind Leute, es sind POC, BPOC in. Man muss sie sehen, man muss sehen, dass sie da sind. Wie kann man denn erwarten, also ganz ehrlich, wie kann man erwarten, dass Migrationskinder oder Kinder, die eine Flüchtlingserfahrung haben oder Kinder, die vielleicht sogar hier geboren sind, aber, keine Ahnung, in irgendwelchen, gut gesagt, Parallelgesellschaften leben, irgendwo in, gar nicht so mit der Gesellschaft zusammenleben, sondern irgendwie nur für sich dahin leben. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist sowieso, also, ich habe das Gefühl, das ist so voll das Problem. Man tut immer so, als sei es in Deutschland so, alles wäre so fortschrittlich und alle gehören zur Gesellschaft, aber es ist halt nicht die Realität. Das ist überhaupt nicht die Realität. Das ist nicht die Realität und ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, so, ich hatte als Kind lange keine deutschen Freunde, so, weil ich sie, also ich habe keine gesehen. Es war halt so, es gab keine in dem Kiez, wo ich gewohnt habe und wenn wir die dann, also die, als wäre es so eine andere Kategorie, Mensch, oh Gott, ich fange schon auch damit an, aber wenn ich dann so deutsche Freunde in der Schule hatte, war das dann auch nur so schulfreundschaftlich. Weißt du, was ich meine? Es war halt immer so diese Distanz zwischen uns, die ich auch nicht verstanden habe, so als, selbst als Kind war das schon so und ich fand das auch so voll krass. Aber ich wollte, genau, ich wollte meinen Gedanken noch zu Ende formulieren, wenn, also wie kann man erwarten, dass diese Kinder sich Teil der Gesellschaft fühlen, aber keine Menschen, keine Vorbilder haben, ne? Also, ich meine, du brauchst ja auch irgendwie einen Punkt, der dich mit dieser Person verbindet, damit du irgendwie auch diese Person als ein Vorbild anerkennst. Und sorry für mich, ich konnte keine Annika als Vorbild nehmen, so, es war für mich so, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich von dieser Person akzeptiert werde, so wie ich bin. So, ich habe mich immer so als Außenseiter gefühlt. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. So, ich habe halt jemanden gebraucht, der auch POC ist im Fernsehen, um mich so repräsentiert und akzeptiert zu fühlen und um diese Person dann als mein Vorbild zu sehen. Und wenn es halt damals die Dirt Shopper gewesen waren, sorry, dann war das halt so, also man kann davon halten, was man will, aber es gab halt niemand anderen. Und das ist das Problem. Heutzutage, cool, es gibt so viele Leute, die da sind, immer noch viel zu wenig, aber es entwickelt sich. Ja. Und ich glaube, das ist so was, was weiße Kinder, weiße Menschen einfach überhaupt nicht checken, dass sie sich permanent repräsentiert sehen. Also so, du hast als weiße Person, du hast eben diese Vorbilder, du siehst Leute im Fernsehen, im Radio, irgendwie bei YouTube, du siehst diese Leute und es ist, du nimmst es einfach so hin, sozusagen. Oder du akzeptierst, oder du hast es einfach. Nee, es ist gar nicht mehr wichtig, also so, man sieht das gar nicht mehr, man sieht das nicht. Es ist einfach da und ja, natürlich ist es doch selbstverständlich, es ist so eine Selbstverständlichkeit, aber eben nicht. Ja, ist es eben nicht. Ja, auf jeden Fall. Hast du das Gefühl, dass du für die nächste Generation ein Vorbild sein kannst? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube das auch. Bist du schon jetzt. Ja, also ich finde das so cute, wenn mir Mädels schreiben oder es sind meistens so Leute, die ich persönlich kennengelernt habe und die dann auch wissen, wofür ich stehe und was ich für Arbeit leiste und was ich mache oder was ich machen möchte auch. Und ich finde das so süß, wenn sie dann sagen so, oh, du bist voll die Inspiration und voll cool, was du machst und ich denke so, ey, ich mache gar nichts und ich bin noch, also ich bin noch so weit weg davon, eine Inspiration zu sein. Aber ich verstehe den Gedanken, das ist ja das Ding. Es reicht einfach, wenn du eine Person kennenlernst, die schon irgendwas macht, was du cool findest und das ist ja schon eine Inspiration und ich meine, das ist einfach die Sache, die ich so wichtig finde, dass man einfach was starten muss. Weil, wie gesagt, als Kind hatte ich halt nicht so Inspirationspersonen in meinem Umfeld, sondern nirgendwo und ich habe mir halt dann diese Deutschrapper als Inspiration genommen und ich fand so, ja, voll cool, was die machen, aber ich mache es cooler. Ich mache es besser, so mit mehr Input, so mehr Inhalt und nicht nur so. Voll cool. Ich habe gerade das so ein bisschen reflektiert, dass ich dir diese Frage gestellt habe. Weißt du, weil das Ding ist, wenn ich mal ganz ehrlich bin, irgendein White Dude, würde ich das ja nicht fragen. Na, was ist deine Geschichte? Nein, 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 ich würde dich nicht fragen, so, wirst du mal Vorbild sein? Weißt du, weil White Kids oder weiße Menschen einfach so absolut mittelmäßig sein können und einfach sowieso schon durchkommen, weißt du? Und ich habe das Gefühl, bei BPOC, das ist immer dieser Anspruch an absolute, so, du musst nicht nur gut in deinem Bereich sein, du musst auch halt Vorbild sein und repräsentativ sein. Ja, ist erstens das, dass man sowieso immer nicht nur, also man wird auch nie nur als Individuum betrachtet, sondern man ist immer, also man steht immer für alle ein. Also ich bin nie nur, Rahma, ich bin immer so die Kopftuchfrau, so, ich bin da für alle Frauen, die Kopftuch tragen. Ich bin nicht nur ein Individuum, nein. Das ist so schrecklich, das ist auch so eine Last, ne, also die man auch sein Leben lang so mit sich tragen muss, aber ich versuche diese Last abzulegen, weil es ist nicht meine Verantwortung für alle Menschen da draußen sozusagen einzustehen. Das ist auch gar nicht mein Job, ich bin einfach ich und fertig. So ein Johannes wird nie für alle weißen People da draußen stehen. Eben, ist so. Ist halt so und das muss dann auch die Gesellschaft irgendwann akzeptieren und verstehen, dass wir einfach alle nur Individuum sind. Natürlich, jeder Mensch im öffentlichen Leben trägt auch eine Verantwortung oder, was heißt Verantwortung? Du hast halt sozusagen so eine Vorbildsrolle für Menschen und du musst sie dann auch vielleicht positiv nutzen, also wäre optimal. Ja, wäre schon ganz okay. Wäre schon ganz okay, ja. Aber du bist halt, du stehst halt nicht für alle Leute ein. Du bist halt einfach du und fertig, ne. Und das ist ja was, was eigentlich immer nur von außen an dich herangetragen wird. Ja, das ist wirklich so. Dieses so, du bist halt nicht nur Individuum, sondern du bist auch immer direkt so, ja, Stellvertreterin. Stellvertreterin, für eine ganze Gruppe so. Für eine riesige, und das ist doch so absurd, denke ich mir. Ja, wirklich so. So, du bist ein Mensch, du kannst doch nicht für alle sprechen. Ja, Facts. Facts here. Genau, also man ist irgendwie nie nur Individuum oder man wird irgendwie nie nur als Individuum wahrgenommen. Und ich finde es deswegen umso wichtiger, dass man so sehr individuelle Geschichten sich anhört. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man irgendwie weggeht von diesem, und auch, dass man weggeht von, so ich als weiße Person erzähle deine Geschichte. Wer bin ich, dass ich mir das anmaße? Ja. Nur du kannst deine Geschichte erzählen, weißt du? Ja, wirklich. Das ist so schrecklich. Ich sehe auch immer so Arbeiten, Bücher, Werke, keine Ahnung, Artikel oder irgendwas von weißen Leuten, die dann über Frauen mit Kopftuch sprechen. Und ich denke mir dann so, okay, warum? Warum ist das jetzt so? Ich habe eine Freundin, die zum Beispiel Journalistin ist, und sie wird halt nur eingeladen, wenn sie sozusagen repräsentativ für Frauen mit Kopftuch sprechen soll, aber einen kritischen Artikel darf sie nicht formulieren, weil sie ja irgendwie zu sehr involviert in das Thema ist. Das darf dann aber eine weiße Annika und sie nicht. Ja, das ist der Fehler in der Matrix. Und das ist so, what the fuck? Was ist mit euch? Wieso kommt das nicht an? Warum versteht man nicht, dass das halt falsch ist und so nicht geht? Also, was ist daran so schwierig? Ja, also was ist daran? Und ich denke mir auch so, das ist doch so, also ich weiß nicht, aber du kannst ja nicht aus deinem Erfahrungsbereich raus. Das heißt, egal wie ich mich jetzt irgendeiner Thematik anlesen würde, ich würde niemals deine Erfahrungen teilen. Ja, das ist wirklich so. Wie soll ich, ne, also. Das Ding ist auch, dass man halt sich immer dieses Privileg rausnimmt, über eine Kategorie Mensch zu sprechen, ohne dass man selbst von dieser Kategorie irgendwie betroffen ist. Ich meine, wie gesagt, Annika kann halt nicht über Frauen mit Kopftuch kritisch berichten, weil sie halt nichts, nichts und nur ansatzweise keine Erfahrung in diesem Thema hat. So, sorry, aber egal wie sehr du so, also egal wie sehr du dich da reingelesen hast, egal was für Studien du gemacht hast, Mrs. Dr. Annika. Du kannst trotzdem keinen scheiß Artikel darüber schreiben, so. Geht einfach nicht. Und das finde ich so, so scheiße, wirklich. Nee, ich glaube, das ist auch irgendwie, ich glaube, das müssen alle irgendwie mal begreifen, dass man halt wirklich so die Deutungshoheit, wie man das so schön ausdrückt, so über irgendwelche Menschen und so weiter den jeweiligen Menschen halt auch einfach überlässt. Und da sind wir halt voll schnell bei so einer Diskussion von Macht, weißt du? Weil wenn, weißt du, wenn ich jetzt hier als weiße Frau sitze und einfach irgendwas über andere POC-Frauen schreibe oder über POC-Frauen schreibe, dann denke ich so oder dann übe ich voll die Macht und voll die Gewalt aus, weil ich so denke, ich könnte mich da rein versetzen oder sonst irgendwas. Ja, und das meine ich und ich verstehe dann nicht diese Annika, Dicka, woher nimmst du dir diese Macht? So, Schwester, was ist los? So, hä? Ist so, keine Ahnung. Annika, jetzt mal ohne Witz, lass es bleiben. Ja, by the way, ich kenne keine einzige Annika. Ich glaube, ich kenne auch keine Annika. Also deswegen habe ich den Namen genommen, weil ich einfach keine Annikas kenne. Oh doch, meine Großcousine heißt Annika, fällt mir gerade an, aber das ist so random. Das ist nicht gemeint, du bist bestimmt cool. Als ob die das hören würde, als ob. Das ist doch nicht so cool. The shade, the shade. Nee, keine Ahnung, ich habe kaum Kontakt mit der, deswegen ist das so random. Aber grüße dich raus an Annika. Hey Annika, what's poppin'? Ja, wir haben gerade ja so ein bisschen über so Deutschrap und so weiter gesprochen, aber gibt es vielleicht noch irgendeine andere Geschichte, die dich geprägt hat? Eine Geschichte, die mich geprägt hat? Also, ich habe schon was im Kopf, ich weiß aber nicht, ob es jetzt krass in den Kontext passt oder besser gesagt, ich bin halt super direkt und ich glaube, dass es halt manchen Menschen nicht passt, weil es irgendwie zu viel ist, aber genau dieses Wort zu viel passt sehr gut. Du wirst auch gleich verstehen, warum. Als Kind war ich halt immer sehr laut. Es war einfach meine Art. Ich habe einfach eine laute Stimme gehabt. Und es war dann halt immer zu viel. Es war halt immer so, du bist zu laut, du bist zu laut, du bist zu laut. Und ich habe mir das locker zehn Jahre oder so anhören müssen. Und ich habe immer versucht, leiser zu sprechen, obwohl es einfach meine Stimme ist. So, ich kann nichts dafür, wie ich mich ausdrücke. Hör auf, mir zu sagen, dass ich zu laut bin. Ich bin nicht zu laut. Du bist vielleicht einfach nur zu leise. Hört, hört. Nein, ganz ehrlich, was soll diese Scheiße? Du bist zu laut. Es war ja nicht, es ist ja, das Ding ist, ich verstehe es, wenn ich, wenn es gerade so in einem, wenn wir im Museum sind, wenn wir in der Bibliothek sind und ich gerade zu laut bin, dann verstehe ich das. Aber wenn wir gerade irgendwie im Unterricht sind und ich bin dran und ich sage was, natürlich werde ich es dann laut sagen, damit es alle hören. So, warum bin ich jetzt zu laut? So, sorry, aber wieso versucht man mich so kleiner zu machen, als ich bin? Und das hatte ich schon immer mein ganzes Leben lang, dass sich Menschen, vor allem so, sorry, dass ich es so sage, aber white people sich rausgenommen haben, mir zu sagen, dass ich zu viel bin. So, egal was es ist, mein Aussehen, meine Art, meine Weise, wie ich rede, was ich sage, dass es halt alles zu viel ist. Nur weil es ihnen halt gerade im Rahmen nicht passt und früher habe ich es halt immer nur auf mich persönlich genommen. Ich dachte immer, dass es halt an mir liegt und dass ich irgendwie doch wirklich zu laut bin, dass ich irgendwie vielleicht zu viel bin. Aber es liegt nicht an mir, es liegt nur daran, woher ich komme oder was für ein Mensch ich bin. So, wenn es eine Annika wäre, die dann in dem Moment zu laut wäre, hätte keiner gesagt, ey, du bist gerade zu laut. Oder hätte niemand das so wahrgenommen, wie es bei mir ist. Ich habe dieses Gefühl, dass einfach ich anders, also sowieso ich anders wahrgenommen werde, aber besonders so, dass man sich so versucht, also dass man einfach nicht, wie soll ich das erklären, ja? Du kotzt mich gerade so an. Es ist halt so, es ist halt extrem rassistisch, dass du einfach einer Person, nur weil du gerade nicht darauf klarkommst, wie sie ist als Mensch, wie sie aussieht, wie sie redet, wie sie sich benimmt, nur weil du mit dieser Kultur irgendwie nicht klarkommst, dass du dann sagst, das ist zu viel. Es ist nicht zu viel. Nein. Es wird auch nie zu viel sein. Und das habe ich dann irgendwann verstanden und verinnerlicht, dass ich einfach nicht zu viel bin. So, ich bin so fertig. So, es gibt da gar keine Diskussion, Digga. Wow. Und ich werde so weiterreden und ich werde so bleiben und ich werde mich null verändern. Also, I mean, fertig. Ich bin einfach so. Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort, Rachma. Wirklich. Du bist für mich einfach so eine Inspiration. Nein, ich bin so dankbar, mit dir befreundet zu sein. Und ich danke dir, dass du meine erste Gästin warst, dass du hier warst bei der ersten Folge. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich supporte deine Arbeit so sehr und ich freue mich so auf die nächsten Gäste. Und ich will dir nur sagen, so, Rachma, so schrei es raus. Egal, was du der Welt zu sagen hast, lass dich nicht leiser machen, kleiner machen. So, ich bewundere deine Stärke und ich bin so here to cheer you up, girl. Und ich bin wirklich, ich freue mich auf alles, was kommt. Love. Ja. Danke. Ja, dann danke ich dir, dass du hier warst und freue mich auf die nächste Folge in zwei Wochen. Ich freue mich auch. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye und auf, bye. Ciao, ciao.